Servus, ich bin der Hubert Attenberger. Ich komme aus Schönau, bin 18 Jahre und lerne Schreiner beim Lindner. Ich bin zum Lindner gekommen, da mir ein Freund gesagt hat, dass er beim Lindner arbeitet und da habe ich ihn einfach mal nachgefragt, wie das so ist beim Lindner. Da hat er mir einfach ein wenig erzählt, was er so tut und dass er einfach super Kollegen hat und so was. Ja, man denkt, das möchte ich auch. Dann haben wir überwärmen. Mein Plan ist jetzt, ja, eigentlich noch ein paar Jahre hier drinbleiben und dann werde ich von meinen Eltern einen Betrieb übernehmen. Wenn man da natürlich was mit holzen kann und so was, dann ist das super. Ich möchte beim Lindner mal ein Schreiner werden, der viel kann, viel zu sagen hat und sich einfach ein wenig auskennt und dann halt auch noch ein wenig gutes Geld verdienen, was wahrscheinlich jeder möchte. Ich arbeite beim Lindner, weil es mir Spaß macht, weil man einfach freundliche Kollegen hat. Man hat wirklich große Maschinen und man bringt halt einfach Sachen hin, die man in einem kleinen Betrieb einfach gar nicht machen kann. Bist du Schreiner aus der Landschaft? Ja, auf alle Fälle. Ich bin eigentlich ein richtiger wo ich jetzt fuhr. Das ist so geil. Das ist so geil.